Hallo und Willkommen zurück zu New Super Mario Bros. Juhu! Wir gehen jetzt ins Minzmeer! Ah, das ist also wirklich gut! Schick! Minzmeer! Diese Zelle kann man überhaupt eine Welt skippen und am Ende werden wir sofort mehrgütig gebaut. Ja, in New Super Mario Bros. TS war das ja auch der Fall. War es ja so, man musste die Bosse als Mini machen, damit man die andere Welt, die auf der Weltkarte im unteren Zweig war, machen konnte. Es ist halt, immer wieder haben sie sich irgendein Gimmick ausgedacht. Wie ist es halt das? Wir haben den immer noch dabei. Welcher Yoshi ist in dieser Welt? Gar keiner. Deswegen ist das ganz praktisch, dass wir den dabei haben. Weil in der Eiswelt wäre ein Yoshi. Das wäre dann der blaue. Das kann der. Ja, das wäre dann der blaue. Blubberblasen. Äh, ja, ne Mietbefuss. Oh shit! Hui! Das will ich nicht! Ist das kein schönes Schwimmen? Nein, nie wieder! Lass mich in Ruhe! Äh, ich hab meinen verloren. Ich glaube, den hast du's. Ja, kriegst du's. Du kannst auch nicht. Dafür nehme ich den mit. Dann hoff ich, dass du ihn behalten kannst. Danke. Ich hab dir sogar ins Übrig gelassen. Ah, okay. Da müssen wir also hin. Okay. Soll. Also, ich mein, ich biete dir an, dass ich da hinfliege, ne? Also soll ich meinen? Ach so, ja. Kannst du auch machen. Ah, nein. Yoshi, please. Hörer mit dir. Okay, jetzt in die Röhre. Irgendwie nicht. Äh, das glaube ich nicht so, wie das platziert ist. Viel auf. Ja, okay. Äh, dein Leben ist noch auf dem Wasser. Wie komm ich hier raus? Oh, okay. Man kann nach oben lenken jetzt auf einmal. Ja, weil du den Yoshi hast. Das ist dieses Item halten für Schwimmen. Das war doch in Mario World auch ein besseres Schwimmen, als wenn du kein Item gehalten hast. Nee, ich hab mir nicht erinnert. Ich bin was der Level damals nicht. Und heute nicht. Okay, du gehst dann mal da rein, ja? Ja, irgendwann mal. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Nur für einen Harner? Aber ich mein' kein Killer-Fisch. Du hast es nötiger als ich nimm's. Wenn wir kontrollieren nicht, dass ihr... Wär auch schrecklich. Wir haben eh schon zwei, stimmt. Ja. Ja. Läuft er dich nicht mehr. Ah, die gehen auch den Wasserfall hoch. Die Steine hinschmeißen. Ich skipp einfach. Ich spiel das Spiel gar nicht. Oh, gute Idee. Perfekt. Ja, das hab ich mir schon bedacht. Ja, zum Glück war der Wasserfall grad oben. Ich hab's ja glaub ich leicht im Kopf drin, ne? Dass ich das schon mal gesehen habe, dass man da so eine Frau macht und... Oh, das ist jetzt doof für mich. Auch für den Yoshi ist das doof. Oh, stimmt. Scheiße. Das war jetzt dumm von mir. Ja, muss man wohl leider so sagen. Sehr dumm. Naja, was soll's. Dann muss ich eben wieder richtig spielen. Ja, jetzt müssen wir wohl wieder richtig spielen. Soll nicht. Shit. Wir wollten doch falsch spielen. Naja, es ist eingebaut. Dann kann man es ja auch exploiten. Oh mein Gott. Nee, das geht raus. Ja. Hast du die Höhle nicht gecheckt? Nein. Welche Höhle? Da oben meine Höhle. Nein. Gucken wir mal. Gibt uns das Ding hier Feuer oder Eis? Äh. Ich will Eis machen. Okay, ich möchte Feuer haben. Lol. Ja, sehr geil. Ich dachte ich tausche es, damit wir beides haben und dann verlierst du deins einfach. Ja. Naja. Was soll's. Ach, was? Ich dachte da geht nach links. Ja. Sag ich doch. Pass auf. Hä? Wie habe ich die gerade? Du hast sie angefasst. Und dann haut die Röhre ab. Ja. Was? Warum? Ich dachte ich hätte den Secret gefunden. Naja, es hat Münzen gespawnt. Das war das Secret daran. Oh, der kommt nicht auf die Tür. Ja. Röhren die Wackeln zu voll schräg. In die gelbe schnell. Ich glaube nicht, dass man reingeht in Röhren, die diese Position haben. Ah, aber das ist das richtig gemacht. Ja, das war definitiv richtig. Gönnen wir. Du musst also einfach alle gelben Röhren aktivieren und dann passiert was tolles. Ja, der hält das leider aus. Lass ihn. Der will aber nicht sterben. Ja, der hält das aus. Ich dachte vielleicht 10 Schuss oder so und dann ist auch... Nein, der hält das aus. Der hält das einfach aus. Okay, gell, ich geh wieder dahin. Willst du nochmal zurück gehen? Hier regnet es wieder Geld. Ja. Ein bisschen zuhören. Das ist dein Problem, wir haben nur noch 244 Sekunden. Nein, die Münzen sind diesmal. Mein Gott. Ah, da unten rein, schnell. Ich probiere es mal. Ja. Okay. Geld. Der Geldpies wird gescheitert. Nicht nur Geld. Hab sie. Sondern auch Großgeld, ha? Ja. Ich hab mich gehoffert. Ich wusste nicht, ob die dann verschwindet. Weil das sieht schwer erreichbar aus. Ah, du hast das? Gut. Okay. Ach so, das war ja. Das ist der zweite. Da wird ein Stern drin sein. Ja, aber ansonsten können wir den ja nicht töten. Wovor genau sind wir jetzt hier? Anscheinend nur für den Stern. Wie ist der schon wieder aus? Vielleicht braucht man ihn? Ja, ich drück mal. Au. Ach, shit. Ich bin groß genug. Klein genug. Was weiß ich. Okay. Schwimmen ist schneller. Hast du da recht schon alles geprüft? Ich geh nicht von aus, dass es der Hauptweg ist, aber... Was machen wir hier? Chill. Warte, man muss mit dem Stern bis hierhin kommen. Glaubst du, ich kann da einfach durch jetzt? Ja, du glaubst. Ja. Oh mein Gott. Ach so. Shit. Klug von dir. Ich dachte, das wäre der Ausgang, aber... Nein, ist es eben nicht. Jetzt hast du hoffentlich... Überlebst du es jetzt. Hoffentlich haben wir jetzt einen alten. Wir waren beide gleich klug. Unterschiedlich klug. Ich hab mich gehoffert, um die Munze zu holen. Und... Du bist dann wieder rausgekommen. Warte, ich will das aktivieren. Ja, okay. Es wird rein. Ich muss es doch machen jetzt. Ah! Das hat sich nicht gelaufen. Ah! Der pinke Fisch! Der pinke Fisch! Dann verschwinde! Hab ich den gespawnt jetzt? Weiß nicht, ob du das warst. Ich glaube, der auch so kam. Shit. Wo willst du hin? Ja, da oben rein. Ich hoffe, du schaffst es jetzt. Ja! Oh nein. Okay. Ich bin gleich da. Dann haben wir noch eine Chance. Beide geschafft! Ja! Boah! Meinetwegen. Also, ich hätte meinen Triple Chunk bestimmt geschafft. Aber da war deine Füße am Weg. Lass meine Mütze dreckig gemacht. Was? Okay. Das ist ein One-Up-Haus. So ein wichtiges Gebäude für uns. Warum tust du das? Warum soll ich's nicht tun? Kein Schimmer. Das sind eh unabhängig von all diesen Items. Das sind zu gut. Früher hat man das einfach so gemacht, man ist in ein Level gegangen, wo man wusste, da gibt's ein Item und dann hat man das halt noch schnell gespielt. Oh, schau! Ah! Was? Nein! Ah! Das lief gerade sehr schlecht bei mir. Mein Gott. Ja, perfekt. Ja, perfekt! Ah! Okay, das war das Ausweichwichtige. Ah! Wir sollten aber mindestens eins bekommen haben. Ich weiß nicht, wie's bei dir ausschaut, statistisch. Was? Ja. Da warst du entweder sehr gut oder ich war besser als das. Also ich hab eigentlich keine Bause eingesammelt. Ja, ich glaub ich... Aber ich hab nicht so viele Grüne bei mir oben. Ich hab scheinbar nur zwei eingesammelt. Ich hab echt gedacht, das wären mehr gewesen. Ah, gut. Ich hab da schöne Tour. Wir brauchen diese Warnhubs. Wenn sie... Oh, cool. Ah, das ist wieder eins, wo man gescrollt wird. Cool, eine gute Musik. Ja, bist du rein. Hä? Rein? Ja, rein. Nö. Und da was ist cool? Okay, nicht in diesem Raum. Das ist ja nicht so gut. Hm. Ich würd gern testen, ob man da rein kann. Oder ob man sie ist. Ich glaub wohl, ich sag nicht. Weil wenn, dann müsste man sie wahrscheinlich ziehen schon. Oh, lol. Okay. Okay. Schau mal, was ich drunter. Also, muss ich auf der anderen Seite rein? Ja. Okay, ja. Da ist ein roter Ring. Okay. Ich hoffe, die war jetzt nicht schon weit da unten. Das wäre ja der Geg. Hm, naja, notfalls. Wir sehen uns ja gleich. Das ist die erste, das ist ja nicht. Krass, erst die zweite. Ja, geil. Weiß nicht, können wir nochmal runter? Äh, ja, schaffen wir es nicht. Oh, shit. Nee, schaffen wir nicht. Weiß nicht. Ja, okay. Dann können wir nicht nochmal runter. Mann, du hast... Wir haben erst gedacht, da gibt's sicher nix. Schon sagt uns das Spiel. Doch, doch. Ganz klar gibt's da was. Wo geht's aus? Naja. Das war halt nochmal. Oh, shit. Oh, shit. Mach ich mal das Stehenseil. Zumindest werden die jetzt angedeutet, weil da auf der anderen Seite dann wieder so'n Ding ist. Dass ich quasi einschlag. Ach so. Ja, schicke. Okay. Wirst du da rechts hin? Ja, da will ich grundsätzlich schon hin. Oh, oh, oh. Du darfst das gerne versuchen. Ich bleib auch hier. Äh. Okay, gut. Ich bin der Back-Up-Plan. Nochmal. Okay. Ja, die waren halt grad voll weit voneinander weg. Ja, die waren halt grad voll weit voneinander weg. Ja. Weil die... Ich bin der Back-Up-Plan. Genau. Siehst du? Jetzt waren die viel näher dran. Oh. What? Okay, das hab' ich noch nie gesehen. Das hat sich nicht genommen. So, das ist hier drin. Bei dem geh' ich aber nicht rein. Weil da ist eh kein Platz. Ja, ich hab' ein Back-Up. Ja, ist genau auf die drauf gelandet. Ja, da bin ich grad' gesprungen. Ja, tut mir leid. Äh, ja. Ich möchte erst gucken, was da hinten ist. Ich auch. Das darf eh. Eine extra Röhre? Was? Ja, klar. Dass hier so viel Raum ist, hätte ich nicht gedacht. Da ist der wahre Check. Achso, nee. Es nützt uns quasi gar nichts. Nur, dass wir jetzt einen P-Block haben. Ah. Ist nochmal ein? Ja, äh. Bin unterwegs. Ja. Na gut. Ich bin lieber im Alter. Also, es kam Pilze raus. Ja. Aber jetzt komme ich ganz raus. Hast du recht schon gecheckt? Oder wird da nichts sein? Okay. Du checkst die Wand eins weiter oben, als ich dachte. Aber in Ordnung. Ich bleib jetzt mal hier. Ich mein, wissen wir schon, wo die erste Mütze ist. Willst du einfach ein Aufdrück? Oh nein. Du opferst lieber der Neid. Ich wollte halt schnell runter. Was soll ich denn machen? Ein Aufdrück. Was für... Geht für die Blase. Ja, benutze es halt einfach öfters, wenn wir schon haben. Oder ist das für dich Cheat? Bisschen. Okay. Oh. Scheinbar nicht. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, warum ich plötzlich ganz da oben war, aber... Ich weiß auch nicht so ganz, warum du überhaupt von da unten weggegangen bist. Warst du gestorben oder wie? Weil man kann ja hier so... Oh, hast du ja. Man hat ja so einen Platz. Hab ich nicht dran gedacht. Weil ich hab dir grad eigentlich Leben runtergetan, weil wenn man die hier doppelt, dann kann da hin und wieder ein Alton rausfallen. Okay, hab ich nicht gesehen. Ich hab mich da nur drauf konzentriert. Nicht getroffen ziehen. Ja, dann hättest du durchdämmen müssen. Ich hoffe, du kriegst noch was. Oh nein, es tut mir leid. Oh, das ist natürlich sehr blöd. Keiner hätte. Ja, auf einmal so ironisch zu reden. Sorry. Nein, nee, ich mein's ernst. Es tut mir leid, weil das bedeutet, dass ich den scheiß Boss jetzt machen muss. Heißt es das? Naja, außer du traust es dir zu. Nicht schwimmen unter Wasser? Ach, als ob. Da bin ich echt nicht gut drin. Na, wir sind an der Wasserwelt. Er macht wohl Sinn. Wir müssen den eh zweimal machen. Also wärs egal, wenn wir jetzt gehen, oder? Sorry. Nicht wirklich, weil wir ja nicht an der richtigen Stelle spawnen würden. Wir würden ja bei dem Plugge spawnen. Ich verstehe es nicht. Aber was genau ist an dem Boss war jetzt schwer? Ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, was sich geändert hat. Das Wasser ist nicht hochgekommen, was ich ja erwartet hätte. Vielleicht hätten wir ihm mehr Zeit lassen müssen, oder so. Wahrscheinlich. Hä? Was soll denn das? Ist mir auch egal. Er ist tot. Ja. Ja. Beim nächsten Mal lassen wir ihn mit Absicht Zeit. Nö. Tun wir nicht. Aber wir holen jetzt mal schnell die erste Münze, oder? Und dann ist es im Endeffekt eh schon wieder die erste Hälfte gewesen. Okay, das sieht doch toll aus. Ja, jetzt können wir auch nichts mehr sehen, was da passiert. Mein Gott, da hat jemand aber ganz schön viele Badeperlen ins Wasser rein. Was? Ja, das Schaumbad ist ja schon am Überlaufen. Schaumbad? Keine Ahnung, mir ist jetzt nichts Besseres eingefallen. Das ist doch förmlich ein Tornado. Wo willst du denn da mit Wasser? Ja, keine Ahnung, wer hätte ich was anderes sagen sollen, als Wasser in Ordnung. So, wir machen das jetzt so. Ich behalte mein Item und du kriegst ein neues. Ja. Gut. Wir checken jetzt. Hm, links zuerst. Bleib mal dran. Wir sehen schon. Okay, da hat Speedrun. Hau doch nicht ab, kleiner Bruder. Großer Bruder, keine Ahnung. Hallo. Oh mein Gott, mein Kopf war zu hoch. Tatsache. Dein Kopf war gerade fast auch zu hoch. Ja, ich dachte auch schon. So. Ja, ich... Willst du wieder dran lassen? Können wir die wieder einsammeln. Guck mal. Du kriegst einen Haken. Du kriegst einen Haken. Hä? Was macht denn die rote Röwe? Geld geben? Ja, ja. Bin zu schlecht. Gut, dass du da kurz Invincible warst, sonst... Auf den Blöcken selber bist du nicht so hier befreist, oder? Nein. Ich dachte mir nur, ich komm da bestimmt hoch. Achtung, da ist so ein Ding. Ja. Oh mein Gott, der Handy war eine erledigt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Willst du den anderen Weg gehen, oder ist es dir egal? Äh, nein, hier ist nämlich wurscht. Klar, gutes Peace wird schon mal. Ich weiß auf die Münzen. Ein Leben mehr als 75. Ist eh schon ein bisschen sehr übertrieben. Bist du mit dem? Mach mal Musik. Oh. Oh mein Gott. Und will ich nicht. Äh, ich warte dann mal die Etage weiter. Oh Gott, aaah. Ja. Oh, cool. Ja, der hat die letztes Mal auch rausgeholt. Bleibst du hier die ganze Zeit unten jetzt, oder? Äh, hier ist ja noch einer. das war das der bauten habe ist das zu den zeit lassen ja was er irgendwas macht wir können es uns leisten verlieben und seite was soll ich werde nicht springen drücken wird nur schütteln das ist ein ultrapono ich wollte also dass du einen angreifst aber in Ordnung warum ist so ein leichter gegner wieso gibt es denn jetzt eigentlich in jedem ersten schloss ja weil das halt so ist das weiß ich mal hier brauchst 3 aus so im letzten spiel hat mir das prinzip mehr gefallen dass man den boss fight dann halt zweimal hatte mit twist sozusagen ich weiß gar nicht mehr wie es in meinem spiel war aber ich glaube das war immer nur eine burg und auch wieder alle acht von diesen komischen typen also wenn du von world redest da gab es Burgen wo es diese komischen Rons gab ich weiß nicht mehr wo das soll jetzt kommt ein Dinos 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 ja Dinos kann mich nicht erinnern sorry da muss ich mein Gamer raus Alzheimer wir werden es nicht vergessen und tschau tschüss 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 tschüss